Ich bringe ihn weg, bevor sie zu laufen muss. Also keiner will neben diesem Mann sitzen, weil der so brüllt. Er kommt mir aber und sagt, dass, ach, Entschuldigung, Füllmacht. Macht nix. Hallo. Ich schocken die Jacke an. Besser gucken Sie ihn überm Kopf, denn bitte nicht. Oh, die sehen aber klein aus. Die sind auch klein. Und dann einen Rundfunk. Er ist so los. Auf herrscher. Laub, sie rauf, raus, los. Und hin, und hin! Und rein, und rein. Ach, komm, ach, komm! Ach, komm, ach, komm! Ach, komm, komm! Abfall! Tobi, in Lein! Tobi, in Lein! Tobi, in Lein! Hey, lass mal. Komm, Iklass. So will ich super geben und ehrlichizeich? Entschuldigung, Alex, aber ich geh jetzt durch mal weg. Ho, ho! Da, in Haft, in Leinemann, Hast du noch, hast du noch! Weiter! Maxi! Ja, Klasse! Hey, hey! Komm! Rett! Positionen! Erster Ball! Erster Sonnabend! Erster Sonnabend! Steiner! Keine Hilfe! Händler nur! Lass durch, lass durch! Keine Hilfe! Erster Sonnabend! Händler nur! Händler nur! Sie sind immer wieder an. Wer w Laden mit? Wie war es denn hier? Erster Sonnabend? Kann ich jetzt nicht... Ist das! Kommen Sie hier in der Stadt? Sie sind halt die Schreie! Ja, 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 ja. Der Zehner! Zurück! Hier kommt er. Der Puppe! Der Puppe! Der Puppe! Tobi! 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 Wir sind auch gar nicht dran. Der Puppe! Der Puppe! Der Puppe! Der Puppe! Der Puppe! Komm, Maxi, mitarbeiten, mitarbeiten! Ja, jeder hat wieder das Mittelfeld, ein bisschen hoch passen! So, das ist ein Problem. Ja, gut, aber wir sind frei. Oh, das ist doch eine Woche. Ja, gut, wo die Fastenzeit kommt. Ja, Fastenzeit. Gehen, Jungs! Hier bist du! Zurück, komm! Ach doch, doch, ganz stark! Ganz stark, wir sind zurück, holen zu deinen End! Ja, wir haben noch anbieten! Wir haben noch anbieten, alle, weiter hin! Komm, komm, komm! Komm, Jem, Jem, hier! Hey, Fender, helf dir, Jem! Komm, Jem, hier! Hey, Fender, helf dir, Jem! Komm! Komm, Jem, bitte! Komm, Jem! Komm, Jem! Komm, Jem! Jem! Da muss einer lang, einer lang! Lang! Oh, der ist gut! Okay! Wollen wir den Eimer mal ein Stück weiter zurückstellen! Jem was, neue Schuhe? Ja! Euer, euer, euer! Gut, Jem! Komm, Maxi! Weiter, Maxi! Weiter, Maxi! Achso! Pfff! Nein! Okay! Wir sind zurückgestellten! So, ja! Hier, enger, enger! Komm, Jem, komm! Komm, Jem, komm! Komm, Thomas! Oh! Komm, Jem! Komm, Jem! Komm, Jem! Komm, Jem! Komm, Jem, fängt dich doch! Ja, das ist voll, der Fall, ne? Nein, man, dann hat er dir nicht... Komm, Jem, direkt! Hey! Komm, Jem, deiner! Komm, Jem, deiner! Komm, Jem, nicht weg! Jetzt, komm! Was ist da hinten denn los, Mensch? Mann! Komm, Jem, im Notfall! Ich bin ganz schnell的! Ich bin ganz schnell, ich bin ganz schnell! Hinten ist ja auch unfassbar, der...! Ne, nicht los! Komm, Jem, wehren jetzt die Bands, das geht weiter! Oh, ho! Och! Und sehr mal leicht immer! Komm, Jem, mach die hin! Komm, Jem! Komm, Jem! Komm, Jem, komm, Jem! Ihr müsst nicht da am Rand sein. Ich habe schon gedacht, vielleicht sollte er irgendwo bei einem schlafen, der Fließwurm mit zum Fußball passen, das ist sicher nicht möglich. Ich muss Händen die doch nicht machen als Inverteidiger. In der Mitte, in der Zentrum. Mittellinie, Mittellinie. Maxi, Maxi! Dominik, lauf! Noch einen, lauf! Noch einen, lauf! Gute Strecke! Rechts, genau. Mach, danke! Oh! B mañana, baltray! Du wirst nicht in Amerika. weirdest war's? Kann doch nicht sein, ja, dass sie, greift los, machen wir drei Mann im Ohr und da stehen wir zum Fall. Wir spielen übrigens mit auf dem Grundrahmen. Das ist ja super. Dafür ist dann auch der Wasserabend aus der Schlüssel zu denken. Ja, wir lassen sich aus der Schlüssel weg sein. Komm, 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 komm! Mann, 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 du musst du schlimmer sein, weiß! Niklas! Niklas! Die müssen innen noch mal eng aufstehen! Dann würde ich vielleicht sagen, aber eigentlich ist es auch alles neu zu sein. Und auchmals ist wieder ja wirklich, dass da kein Schwitter dazu kommt. Wir müssen sogar ein bisschen kurz geben. Philipp, ja. Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Ich hab einen der Fachhandel. Philipp, Philipp, Philipp! Ja, Philipp, Philipp! Maxi, was spielst du? Mittelstürmer? Ja, dann geh da. Dann hast du hier nicht so so wie in der Mitte. Noch weiter in der Mitte. Und so weit! Moment, da! Jetzt, jetzt, jetzt! Mach die andere aus! Mach die andere aus! Stimm das dann? Ja, ja. Man sollte auch ein Mitglied aus dem Verein, aber das kommt jetzt ja nicht in Frage. Wenn wäre, dann würde ich schon auch wegen Karsch zu machen, was man da persönlich machen würde. Komm bitte, Leute! Dann hör doch mal rein! Da muss ich nur mal rein! Dann weiß ich noch nicht! Komm bitte, kommt bitte! Komm bitte! Komm bitte, komm bitte, komm bitte! Komm bitte! Hallo, Mann, Mann! Komm bitte! Servus! Wollen sie mich machen! Komm bitte! München! Henrik, spielst du rechts oder was? Ja, ich bin nicht schlecht. Du spielst doch einen Innenverteidiger, oder? Geh mal mit den irgendwann in der Mitte! Ja! Nein! Nein! Das muss Tassetien ran! Henry, du bist immer viel zu weit raus. Du musst hier Abwehr sortieren in der Mitte. Basti, du musst Maxi sagen, wo er stehen muss. Hier steht die 1 Meter auseinander. Er muss weiter weg in der Mitte. Henry, organisier das mal in der Mitte weiter. Du machst hier jeden Einwurf alles. Hab ich, hab ich. Wie leid, du und Henry, hier müsste der Englisch stehen in den Zentralen. Hol den da her. Henry, du musst in die Mitte. Mit B-Light zusammen. Du musst das doch organisieren. Du spielst rechts außen hier.